Herzlich Willkommen bei Skipper 360. Ich bin Michael von BlueTour und wir zeigen in dieser Lektion ein Längsseitsmanöver mit einem Boot mit einer Doppelrodanlage. Unser Boot ist eine Elan 50 mit Doppelroder. Mit weniger Radeffekt und es weht leichter Wind. Wir nähern uns dem Steg in einem flachen Winkel. Wir wissen ja, je steiler der Winkel, desto mehr Drehung bekommt das Boot. Eine Person am Buch kommuniziert die Entfernung zur Mole. Wir gehen in den Rückwärtsgang und der Radeffekt zieht das Heck zur Mole. Sobald das Boot steht, Gas auf neutral und das Ruder zur Mole einschlagen. Das Boot treibt mit der Restgeschwindigkeit perfekt zur Mole. Als erstes bringen wir Vor- und Heckleinen aus. Die Leinen werden zuerst am Poller befestigt und sobald das Boot stabil steht, auf Slip umgebunden. Als erstes kommt eine Stillebergrechte zur Wohnung. Als erstes bringen wir doch noch eine Stillebergrechte. Die Leinen werden sie in der Mitte bewegt, aber auch eine Stillebergrechte und die Leinen einbremse auf Klopfen, ladies und Frau, das ist eine Stillebergrechte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020